So, der leberste Zeit und heute, da sind wir mal wieder in der Luft unterwegs mit Funkwellen. Ja, wenn man Funk und PC zusammenbringen möchte, dann landet man früher oder später bei sogenannten SDRs, dem Software Defined Radios, quasi ein Funkgerät für den Rechner. Die günstigste und verbreitete Möglichkeit, ich denke, die meisten kennen es schon, das ist der RTL-SDR. Das sind USB-Sticks, die waren eigentlich dafür gebaut, um DVB-T zu empfangen, also terrestrisches Fernsehen. Allerdings hat der Hersteller da Geld gespart, was uns zugutekommt. Und zwar wird lediglich das rohe Funksignal, was empfangen wird, an den Computer gesendet und der Computer selber kümmert sich dann darum, aus dem ganzen Signalwurscht da das Bild zurückzurechnen. Das ist eine praktische Sache für uns, weil das heißt, naja, wir kriegen rohe Funksignale. Das heißt, wir müssen uns nicht nur darauf beschränken, Fernsehen zu gucken, sondern das Ding kann quasi alles, was im Empfangsbereich ist, auch anderweitig dekodieren, zum Beispiel irgendwelche Funkaussendungen von Sensoren, von Sprachkommunikation oder Ähnlichem. Das Problem bei diesem RTL-SDR sind zwei Dinge. Das erste ist die Frequenz, die möglich ist. Wir reden da meistens von so zwischen 500 KHz, Megahertz bis hoch so 1,5, 1,75 GHz. Das ist so der Bereich, wo diese Dinger empfangen können, je nachdem, was drin verbaut wird. Das kann schon mal einem auf die Füße fallen, weil gerade heutzutage viele Sachen laufen ja auf 2,4 GHz. Das können wir damit nicht machen. Und die zweite Einschränkung vom RTL-SDR, das ist ein reines Empfangsgerät. Das heißt also, es ist nicht möglich, damit zu senden. Selbst wenn man die Erlaubnis dafür hätte, da muss man dann auf andere Dinge gehen. Wenn wir von anderen Dingen reden, dann kommt man relativ schnell zu Dingen wie dem USRP oder dem HEC-RF. Die haben eine deutlich größere Bandbreite, haben auch die Möglichkeit zu senden und sind ein paar Euro teurer. Der USRP, der ist da üblicherweise nichts für Bastler. Da reden wir im Zweifelsfall von mehreren 10.000 bis 100.000 Euro, die so ein Ding kostet. Der HEC-RF, den findet man schon eher. Der liegt preislich so bei 200 bis 300 Euro. Und der deckt den Frequenzbereich zwischen so ungefähr 1 MHz bis hoch zu 6 GHz ab. Sowohl empfangend als auch sendend. Der war schon immer so ein bisschen auf meiner Wunschliste. Allerdings ist da etwas dazwischen gekommen. Und das sieht hier so aus. Das ist das sogenannte Radio. Da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar gibt es bei Veranstaltungen so aus dem Chaos-Umfeld so ein bisschen die Tradition, jedem auch ein digitales Namensschild anzubieten, die sogenannte Batch. Das kann ein Mikrocontroller mit ein bisschen Display sein. Aber gerade bei größeren Veranstaltungen, da kommt es auch schon mal vor, dass die Dinger doch sehr viel mehr können. Das heißt also, dass da mal FPGAs drauf sind oder, wie im Fall vom Radio, das gab es beim Chaos Communication Camp 2015, da war ein HEC-RF-kompatibles SDR mit dabei. Das ist ein bisschen eingeschränkt, aber es kann im Prinzip auch empfangen und senden im Frequenzbereich von so 50 MHz bis hoch zu 4 GHz. Und das ist so das SDR, was ich hier im Prinzip für all meine Messungen auch benutze. Und weswegen ich den HEC-RF halt nie wirklich weiter in Betracht gezogen habe. Es gibt allerdings halt eine kleine Einschränkung und das ist die Frequenz. Ich sagte ja gerade schon, das Ding geht bis 4000 MHz, also 4 GHz. Der Original HEC-RF, der geht bis 6. Aber was liegt zwischen 4 und 6? 5 GHz. Und was liegt in 5 GHz? So ein komplettes ISM-Band. Da findet sich unter anderem 5 GHz WLAN, aber auch teilweise manche Sensoren, zum Beispiel so Grada-Zeug. Das kann man dann mit dem Radio nicht messen. Andererseits, ich bin zu geizig, mir den großen zu holen, den Original HEC-RF. Weil ehrlich gesagt, seit 2015 hatte ich jetzt, glaube ich, einmal den Fall, wo ich was messen wollte, was tatsächlich über 4 GHz ist. Und naja, für eine einmalige Messung so viel Geld ausgeben, das muss dann nicht sein. Es sei denn, einem fällt was vor die Füße. Denn ich war bei so einem großen regenwaldähnlichem Händler unterwegs und da ist mir dann dieses Angebot hier über den Weg gelaufen. Ja, okay. Ein China-Händler bietet da ein Funk-Entwicklungs-Board, Open-Source-Hardware-Entwicklungs-Modul, 1 MHz, 6 GHz mit Metallgehäuse, mit Datenleitungsfunk-Signalübertragung für mobiles Geschäft. Gut, absoluter Kauderwelsch, aber 1 MHz bis 6 GHz, das klingt sehr bekannt. Und auch das Gehäuse sieht verdächtig ähnlich aus. Und naja, das Ding hier, das war halt für 75 Euro inklusive Porto. Dafür probieren wir das mal aus. Da kribbelt es schon ein bisschen unter den Fingern. Und wenn Dinge unter den Fingern kribbeln, naja, was könnt ihr jetzt wohl kommen? Wenig überraschend, hier kam eine Kiste an. Die sieht entsprechend hier so aus. Und wenn wir da mal das Ding zerlegen... Ja, ich glaube, es ist relativ eindeutig. Hier steht sogar Hack-Affron auf der Packung. Also da haben sie sich gar nicht die Mühe gemacht, die Fälschung da zu verstecken. Also ich gehe davon aus, dass es eine ist. Wobei Fälschung auch nicht so 100% stimmt, weil Hack-Aff ist Open-Hardware. Die Pläne sind halt online. Das heißt also, ich würde schon fast davon ausgehen, dass man tatsächlich nur eine Kopie angefertigt hat und nicht daran rumgeverweigt hat. Aber gut, wir haben die Kiste. Wir haben ein paar nicht weiter beschriftete Antennen dabei. Drei Stück an der Zahl. Wo wahrscheinlich keiner so wirklich weiß, welche Frequenz das Ding jetzt fährt. und ein USB-Kabel. Wenn wir uns das mal angucken... Dann haben wir auf der einen Seite hier ein paar LEDs, Taster für Reset und für DFU und einen Antennenanschluss. Auf der anderen Seite Clock-In, Clock-Out und USB. Ja, also das ist zumindest schon mal so vom ersten Anheben. Keine Box mit Ziegelsteinen. Das klingt schon mal gut. Also probieren wir es direkt mal. Machen eine Antenne hier dran, dass da irgendwas dahinter ist und wir uns nicht irgendwie plötzlich eine Sendediode oder sowas durchhauen und machen mal USB ran. Problem an der Sache, das hier. Ja, hm. Einen schwarzen Bildschirm habe ich. Eigentlich hätte sich jetzt hier ein USB-Gerät melden sollen. Nämlich das HKF oder irgendwas zumindest. Tut es aber nicht. Was es aber tut, naja, die LEDs gehen an. Also die Spannung hier, 3,3 Volt und 1,8 Volt, die sind auf jeden Fall da. Das heißt also, die Spannungsversorgung scheint okay zu sein. Und ja, auch die RF-Lampe geht an. Also, hm, okay, wieso denn kein USB? Ist jetzt schlecht. Ja, meine erste Idee war jetzt, okay, vielleicht, dass ich irgendein Problem mit der USB-Verbindung habe. Also, einfachster Test, das Kabel mal gerade an irgendeinem ESP gehangen, um sicherzugehen, dass das Kabel keinen weg hat. Der wird erkannt. HKF weiterhin nicht. Auch mit einem anderen Kabel. Nope, kein HKF in meinem USB-Manager. Hm. Okay, nächste Idee. Vielleicht, dass die USB-Buchse intern eine Lötstelle hat, die nicht so in Ordnung ist. Außerdem habe ich dann jetzt auch eine Ausrede, warum ich das Ding zerlegen muss. Heißt also hier, die vier Schrauben von einer Seite raus, von den SMA-Buchsen, die Überwurfmuttern weg und dann lässt sich der ganze Kram einfach rausschieben. Das sieht schon mal ganz gut aus. Auch hier haben wir eine Platine. Wir haben den Hauptprozessor drauf. Wir haben diesen, ich glaube, das ist ein FPGA oder sowas unten in der Ecke. Das heißt also, es ist nicht einfach nur eine leere Platine mit ein bisschen LEDs, die man da reingesteckt hat. Das sieht tatsächlich nach einem Original aus oder einem originalähnlichen Nachbau. Auch der RF-Teil, da ist so jetzt ein Schirm drüber, aber das sieht eigentlich ganz okay aus. Aber das Problem ist, die USB-Buchse sieht auch okay aus. Also auch das bringt mich nicht weiter. Heißt also, wir müssen noch mal einen kurz hier gedanklichen Schritt zurückgehen, denn der Heck-RF-RON, der ist ja Open Source oder Open Hardware. Heißt, wir können uns im Schaltplan grob angucken, was denn da los ist. Wenn wir hier mal uns angucken, hier haben wir unseren Micro B. Die Datenleitungen davon, die gehen direkt rein in diesen LPC. Das ist der große Prozessor, den wir gesehen haben. Heißt also, da ist eigentlich nicht viel, was schief laufen kann. Wenn die Spannungsversorgung da ist, dann ist ja anscheinend von USB der Weg Richtung Strom okay. Die Datenleitungen, das sind die Lötstellen an der Micro B-Buchse. Das ist eventuell hier diese beiden 0-Ohm-Widerstände und die Lötstellen am Prozessor. Plus dann die ganzen Lötstellen am Prozessor, dass der den nötigen Strom bekommt. Aber wenn wir uns mal hier umgucken, dann scheint der überall an der Stromversorgung nur an VCC zu hängen. Das heißt also, direkt an den 3,3 Volt, die 1,8 Volt, die scheinen hier in den Chip auf jeden Fall nicht reinzugehen. Wobei selbst da noch die Frage ist, denn wenn wir hier mal die V-Bus-Leitung verfolgen, die geht hier über den 0-Ohm-Widerstand auch direkt in den Chip hier rein. Das heißt, es könnte sogar sein, dass der einen internen Spannungsregler hat. Das heißt also, sich die 3,3 Volt selber aus den 5 Volt bastelt, dann hätten wir noch nicht mal irgendwie hier einen 3,3 Volt-Regler, der funktionieren müsste. Alles in allem sieht das für mich aktuell so aus, als ob das USB-Dings auf jeden Fall funktionieren sollte. Zumindest, wenn wir es ansteuern, denn USB ist hier im Chip und er braucht Software. Hier kommt aber unser Trick. Dann erinnert ihr euch dran, was ich eben da gezeigt habe, was wir an der Seite haben. Wir haben Knöpfe und zwar für Reset und für DFU. DFU, Device-Firmware-Upgrade. Das klingt so, als ob das Ding einen Bootloader hat, über den wir neue Firmware draufspielen können. Also machen wir doch das mal. Das heißt jetzt, wenn er in diesem kommigen Zustand ist, wo ich keine USB-Meldung habe am PC, halten wir mal DFU gedrückt und drücken kurz Reset und ja, wir haben hier plötzlich ein NXP LPC4330 und so weiter im Device-Firmware-Upgrade-Mode. Das heißt also, wir haben eine USB-Verbindung bis zum Hauptprozessor und das ist für uns natürlich auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, denn das heißt, dass der ganze Kram funktioniert. Und das sagt uns noch was, denn wenn der Hauptprozessor in der Lage ist, USB zu sprechen, selbst wenn da jetzt irgendwas anderes auf der Platine nicht ganz in Ordnung sein sollte, würde ich eigentlich vermuten, dass er trotzdem mit der richtigen Firmware die Verbindung aufbauen würde. Das heißt also, meine Vermutung aktuell ist, dass hier auf dem Board keine Firmware drauf ist. Denn ehrlich gesagt, selbst wenn dahinter irgendwas nicht stimmen würde mit der Schaltung, würde ich eigentlich davon ausgehen, dass die CPU zumindest soweit initialisiert, dass sie die USB-Hardware aktiviert. Und in dem Moment müsste ich zumindest auf dem PC sehen, ja okay, da ist ein Gerät. Gegebenenfalls mit, keine Ahnung, das meldet sich nicht, aber ich würde zumindest irgendwas an Reaktionen sehen, was aktuell nicht der Fall ist. Also, Firmware ist jetzt das, was wir suchen. Um was Passendes zu finden, müssen wir erstmal wissen, was wir denn jetzt vor der Nase haben. Ich meine, dass es ein Hacker-F-Nachbau ist, da sind wir uns, denke ich, alle einig, insbesondere weil halt da auch Hacker-F-One draufsteht auf dem Board. Irgendwas mit 30. Oktober 2022. Was aber auch noch interessant ist, ist diese Bezeichnung hier, R9. Okay, R9. Release 9, Revision 9. Gucken wir doch mal in die Anleitung. Ist ja zum Glück, wie gesagt, Open Hardware. Und, bingo, es gibt ein Hacker-F-One-R9. Das ist die letzte Revision. Da wurden ein paar Chips ausgetauscht und die wurden 2023 hergestellt. Wenn das Ende 2022 auf dem Board steht, könnte das durchaus hinkommen. Insbesondere, weil hier ja auch steht, die Original-Dinger, die haben in der Nähe von diesem Max 5864U18 Identifikation. Und das ist halt auch ungefähr das, wo es hier war. Also gehen wir mal davon aus, wirkten einen Hacker-F-R9. Gut zu wissen. Mal gucken wir mal unter Updating-Firmware, was es denn da Schönes gibt. Denn wahrscheinlich ist es dann ja kompatibel. Hier gibt es zwei Abschnitte. Einmal den Abschnitt Updating der SPI-Flash-Firmware. Das ist aber ein normales Update. Es gibt aber zum Glück noch weiter unten einen Abschnitt, nämlich Only if necessary. Recovering der SPI-Flash-Firmware. Das klingt ja so, als ob wir das haben wollen, denn offensichtlich haben wir keine vernünftige Firmware. Hier ist auch alles beschrieben. Das heißt also, man muss den Hacker-F im DFU-Modus booten. Das haben wir schon geschafft. Und dann über das DFU-Util da etwas draufspielen. DFU-Util, das ist ein relativ verbreitetes Ding. Gibt es für die meisten Distributionen Pakete. Was wir auch brauchen, ist diese Datei hier, die Hacker-F-One-USB.DFU. Okay, schauen wir mal ins GitHub-Repository von Hacker-F. Letzter Release hier, 23.1.1. Hier gibt es dann eine passende Datei zum Runterladen, als ZIP oder als TAR-XZ, je nachdem, was man so kann. Wenn wir uns das passend runterladen und entpacken, dann sehen wir hier einen Ordner Firmware-Bin und da drin, Überraschung, Hacker-F-One-USB.Bin und DFU. Ich sehe gerade, hier ist sogar eine fürs Radio dabei. Eventuell, dass ich das auch mal update. Aber gut, was haben wir gesagt? DFU-Util. Das ist bei mir noch nicht installiert. Gibt zum Glück ein fertiges Paket hier. Das jetzt unter Arch Linux. Andere Distributionen dürften das auch haben. Dieses DFU-Util ist, glaube ich, für so ziemlich alle armen Prozessoren, die verbreitet sind. Also nichts Ungewöhnliches. Ich mache jetzt noch hier dieses Python-Intel-Hacks dabei, für den Fall, dass ich das brauche. Aber normal sollte DFU-Util ausreichen. Also kopieren wir uns mal diesen Befehl hier. Wir sagen, die USB-ID von dem Board sagen, dass er runterladen soll. Und zwar diese Hacker-F-One-USB.bin. Wir sind ja hier im Ordner Firmware-Bin, wo die drin liegt. Drücken wir mal Enter und Warning. Mit der Info am Schluss kein DFU-Gerät. Okay. Resetten wir das Ding nochmal und versuchen es nochmal. Und das sieht besser aus. Wir haben da ein No-Error-Condition present. Wir haben einen Fortschrittswalken, der direkt auf 100% gegangen ist. So groß ist die Firmware ja nicht. Einzige Meldung am Schluss. Lib-USB Error-No-Device. Ja, okay. Er konnte jetzt nach der Installation nicht mehr bestätigen, ob das Ding erfolgreich installiert wurde. Aber ich denke, das sollte alles passen. So, jetzt hatten wir die DFU-Datei. Zur Sicherheit mache ich jetzt nochmal die Bindatei drüber, nur um sicher zu gehen, dass es geht. Das läuft jetzt über das interne Hack-RF-Update-Protokoll. Das heißt also, wenn das funktioniert, dann ist offensichtlich irgendwas am Leben. Und das hier sieht gut aus. Keine Fehlermeldung. Hat auch vor allen Dingen Checking-Target-Device-Compatibility. Das heißt also, offenbar erkennt er, das auch tatsächlich als Hack-RF. Das können wir auch jetzt hier gucken. Jupp. Manufacturer-Grates-Got-Gadgets-Product-Hack-RF-One. Also das Ding wird tatsächlich erkannt. Und auch in Hack-RF-Info erkennt, yo, da ist irgendwie so ein Hack-RF-One mit der Firmware-Revision 9. Also alles das genauso, wie wir das erwartet haben. Na denn, würde ich sagen, probieren wir direkt mal, ob das Ding funktioniert. Dann gehen wir hier in GQRX. Das ist so eine Empfangssoftware. Die meckert jetzt hier, RTL-SDR hatte ich irgendwann mal dran, haben wir jetzt abgesteckt. Wenn wir unter Device gucken, yay, da wird ein Hack-RF-One angezeigt. Und ich meine, das wird nur angezeigt, wenn das tatsächlich auch erkannt hat. Also, wählen wir mal aus. Defaults sollten reichen. Okay. Und wenn wir jetzt hier auf Play drücken, um den Empfang zu starten, yay, da kommen Daten. Ich sehe zwar noch nichts, aber so ein bisschen Wasserfallhammer. Und wenn ich mal meine Hand an die Antenne mache, ja, okay, da sind Signale. Also prinzipiell sollte das auf jeden Fall funktionieren. Probieren wir mal was komplexeres, als hier irgendwie Radiofrequenzen. Gehen wir mal auf 2,4 Gigahertz. Versuchen mal, ob wir da was sehen. Da sind schon so gelbe Striche. Das sieht gut aus. Das heißt also, da ist irgendwas, was auf dem ISM-Band tatsächlich sendet bei 2,4 Gigahertz. Gucken wir mal, was mein Rechner sagt. Hier in die Config gucken. Aktuelle Frequenz 5,5 Gigahertz bei meinem WLAN. Stellen wir die mal ein. Und machen mal einen Speedtest. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Drehen wir mal hier den Empfang hoch. Ja, das sieht gut aus. Wenn wir hier die Verstärker hochdrehen, haben auf jeden Fall irgendwelche Signale. Wenn wir jetzt hier nochmal einen Speedtest starten. Ja, ich würde sagen, das ist sehr eindeutig, dass wir jetzt hier gerade das WLAN sehen. Also, Radiofrequenzen gehen. 2,4 Gigahertz geht. 5 Gigahertz geht. Alles jetzt mit irgendeiner Random Antenne. Keine Ahnung, wie gut die ist. Aber ich kriege zumindest was rein. Also, die Schaltung klappt. Ja, prinzipiell scheint zu funktionieren. Und für den Preis sicher kein schlechter Schnapper. Ist inzwischen nicht mehr lieferbar von dem Händler. Aber vielleicht finden sich ja dann ähnliche Nachbauten zu ähnlichen Preisen. Mal davon ausgehen, dass das jetzt kein Vertipper war, sondern dass es tatsächlich Leute gibt, die das nachbauen zu dem Preis. Muss sich natürlich im Klaren sein, das hier ist kein Original. Das heißt, man sollte jetzt eventuell nicht so viel Support erwarten. Und man weiß natürlich auch nicht, was genau verbaut wurde. Vielleicht, dass da teilweise minderwertige ICs oder so drin sind. Aber zumindest mal so auf den ersten Blick sind die ganzen Frequenzen, die ich ausprobiert habe, da. Und ich empfange Signal. Wenn man professionell sowas macht, dann sollte man natürlich das Original kaufen. Nicht nur wegen dem Support, den man bekommen kann, sondern einfach, um auch den Leuten von Great Scott Gadgets da zu zeigen, ja, ist cool, dass ihr das Ding gebaut habt. Und auch wenn das als Open Hardware rausgebt, wir unterstützen euch. Ich kann es jetzt für mich hier ein bisschen moralisch vertreten, weil es einfach ein Ding ist, was in der Ecke liegt und irgendwie einmal im Jahr rausgeholt wird. Da ist das auf einem Niveau, wo ich sagen würde, okay, dadurch, dass ich mir das hier geholt habe, verlieren die keine Einnahmen. Ich hätte mir das sonst halt nicht gekauft. So oder so. Es klappt. Es kommt Signal raus. Und ich denke, damit ist jetzt relativ eindeutig, dass das Ganze hier das tut, was es soll. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020